Die meisten sind tot. Wo ist der Roadhog? Tot? Ich hab da gerade Roadhog gesehen, Alter. Das hab ich noch nicht angebildet. Wer war da gerade? Und auf einmal war er weg. Willst du mir was machen? Hast du vielleicht wieder... Ich glaub, ich dreh ja gleich durch, ey. Ich hab wieder irgendwelche Sachen gehabt. Irgendjemand hat wieder Voodoo angewendet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Wir haben den Tetsu Tetsi Pepsi Maxi dabei. Ey, du bist rei, Junge. Du bist eine ägyptische Götterkarte. Äh, ägyptische Götterkarte. Was ist Numbani? Wir bräuchten Afrika. Nein, nein. Roadhog den Hooker. Ja. Random Watch kann sich nicht entscheiden. Er gibt mir wie immer... Und spielt doch Symmetra. Ja, aber... Er hatte hier als letztes... Ach, fuck. Was gibt's? Schilde? Junge Schilde? Rüstung, Schilde? Wir haben keinen einzigen Healer. Ein Roadhog, der kann sich healen. Okay. Ihr habt den Call gehört. Wir machen das... Und wenn... Kannst Genji die Schuld geben oder Hans? Ich bin einfach so 30, gibt's den Genji. Niemals bei dir? Ja, ich hab schon... Wo will ich überhaupt den? Muss der Teleporter eigentlich in der Nähe von dir sein? Ja. Damit man die Schilde bekommt? Okay. Do it. Deployed. Take it. Like a man. Hallo. Reaper. Hallo. Hallo. Hello, my friend. Is it me you're looking for? I'm looking for a very special person. Echt? Wie heißt er? Weiß ich noch nicht. Finden wir gleich heraus. Wird ihr mir dann oben rechts angezeigt? Mit deinem Namen? Ein Diva. Was denn? Ich hab gerade Diva gehockt. Ah, die haben schon wieder eine Wedermaker. Ah, ne. Die haben einen Genji. Ah, Junge. Jetzt bräuchte man einen Healer, ey. Ja, komm rein, Alter. Hm. Fast tot. Fast tot. Geht da rein und sterbt in den Todesraum. Wo sind meine Kameraden, Alter? Die meisten sind tot. Hä? Wo ist der Roadhog? Tot? Ah, ich hab da gerade Roadhog gesehen, Alter. Das hab ich noch nicht angebildet. Wer war da gerade? Kommt auf einmal mal weg. Willst du mir was weichen? Mein Lieber. Hast du vielleicht wieder... Ich glaub, ich dreh ja gleich durch, ey. Ich hab wieder irgendwelche Sachen gehabt. Irgendjemand hat wieder Voodoo angewendet. Voodoo? Voodoo. Ich habe ein bisschen Sorge, mein Lieber. Wo was denn? Oh, die Welt des Charges. Ich weiß nicht. Ich hab Ulti. Wo willst du sie hinhaben, mein Lieber? Irgendwo, wo es halbwegs in der Nähe vom Punkt ist. Das sind wir eigentlich alle. Das sind wir eigentlich alle. Das ist so ruhig. Ich hör nichts. Ich weiß auch nicht. Ich glaub, die warten gerade. Die versuchen alle Torbieren platz zu machen. Aua! Aaaaah! Der geht an dich, du elender Hansomane. Ich hab den gar nicht gesehen, Alter. Macht schon die ganze Zeit dasselbe. So, mein Teleporter ist weiterhin oben? Aber ich benutze ihn nicht, weil das bringt mir jetzt grad nichts. Genji! In die Fresse. Was? Das kannst du nicht sagen. Kann ich sagen. Kannst du so etwas sagen? Ist es das, was passiert ist? Ich will damit sagen, dass du Genji verprügelt hast. Ich hab auch jetzt Soldier 76 in Rente geschickt. Echt? Ja. Das klingt wie ne gute Sache. Und ich hab schon wieder Genji erwischt. Entschuldigt meine Freunde, dass mein Gameplay gerade unglaubend cool. Jemand hat mein, die alte Kuh, hat mein Teleporter kaputt gemacht. Triss meine Ulti. Trissi. 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 Kannst du? Oh fuck. Stirb Sombra! Ja, hast du verdient. Jetzt wird's T-Bag. Hier. Hm. Reicht mir, Alter. Gehst du auf ne T-Party oder was machst du? Ja. Des öfteren. Haltet sie vom Punkt fern! Junge, ich hätte gerne mit Roadhog diesen Piraten-Skin. Echt? Ja. Ich hab da so ne coole Waffe und so. Rüstig nicht. Chill mit Holz. Totenköpfen drauf. Stirb Soldier! Bang! So, wir haben Rüstung, Alter. Haben die Sombra? Die haben Sombra. Jawoll. Wir haben keine Sombra mehr. Hast du sie umgebracht? Ich werde die gerade vom Yeti gejagt. Von wem? Vom Yeti. Au! Nooo! Hilfe! Hilfe! Ich weiß, ich hab keine HP. Man. Man. Ich hab wegen Hansos komischer Ulti. Nicht gesehen, wo es der Ulti hat. Die war richtig weiß alles. Oh mein Gott! Ich habe einen dicken Affen, Alter. Und der Affe wurde von mir umgebracht. Ja! Weil er es verdient hatte. Ja. Inwiefern? Ja, ganz einfach. Er hat mich umgebracht und dann ist er an meine Fallen und er ist gehüpft und ist gestorben. Oh, hat sich besser an. And your name. Oh mein Gott. Your. Your name. Mensch. Guter Mann. Junge, was macht die Mercy hier, ey? Yoga Wacka. Yoga Wacka. Die macht, die macht schon mehr Damage als ihr Team. Ohohoho. That's something. Nächster. Und? Oh. So. Die war. Na komm doch her. Oh. Ich bin ausgerutscht. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Geilste Gameplay ever. Glaub ich eher nicht. Ne, ist es auch nicht. Aber? Aber was? Das ist ein Kali. Great Kali? The Great Kali. The Great Kali. Diese Geräusche. Au! Ah! Wow! Kappa Brenner. Kappa. Au! Den hat er geschliffen. Den hat er aber richtig den Kopf abgehackt, ey. Ja, der wird richtig geaubert. Alter. Der wird richtig geaubert. Du boost mich selbst. Ja, du bist ein Egoist. Ich hab mich selbst gehealt. Du bist ein Egoist. Ich bin kein Egoist. So. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und hoffe, dass wir uns auch das nächste Mal wieder sehen. Viel Spaß. Ciao, ciao. So. Ähm.